Ja und zum Herzlich Willkommen zurück zu Radio Not. Neuer Auftrag. Tödliche Besissenheit. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Tödliche Besissenheit. A former USIA analyst has a warrant for his arrest over the suspected murder of five police officers in Makeda County, Greater Las Suenos. Dann lasst mal hören. Bringt die Ordnung ins Chaos in Gerard Scott verhaftet. Apprehend und secure the primal suspect. Gerard Scott remains at large. The suspect is considered armed and dangerous. Alright boys, listen up. We all heard about the shooting down at the Maked station. We got three officers fighting for their lives and three have already lost theirs. But we have something else too. We got the name and probable location of the son of a bitch who did this. We've also got the pleasure of being the ones who get together. Settle down. What we know about the events earlier today is that Gerard Scott set up an ambush by lighting a car on fire near the Maked station. He lay in wait and when the police arrived, he opened fire on them with a rifle. Scott then fled the scene in an RV. A member of the public who was nearby when the shooting started got the license plate, which we've traced to a compound up on Sullivan's Slope. Scott's details are coming through to your tablets. We don't know much about this guy. He used to work for the USIA in an office-based role. He has no family, no friends, and apparently no known acquaintances. He wasn't even known to us until today. We got nothing to work with, no motive, no history of law enforcement. All we know is that this guy likes to keep to himself. He's already shown he's not afraid to shoot a cop, so I doubt he's going to welcome us with open arms. Be careful up there. I do not want to be responsible for the chaplain showing up at anyone else's wife's door today. I understand that emotions are going to be high, but we do not know what we are walking into. I want us to be swift and sensible. He's shown that he has serious firepower and we need to be ready for anything. Something triggered him and that makes him a very dangerous individual. Now gear up and report back to your Element leaders in the garage in five minutes. Okay. Okay. Hört sich nicht gerade gut an. Oder oder deck, oder deck. Sieht nach einem kleinen Komplex aus. Eigentlich zwei. Okay, nee, wir haben ja gar nichts. Wir wissen nicht mal, wie es drinnen aussieht. Das ist doof. Das ist doof. Gerard Scott. Männlich geschwärzt. 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 47 Jahrgang. Die Informationen über Gerard sind spärlich. Es ist bekannt, dass er einen grossen Teil seines Lebens für den US-Geheimdienst gearbeitet hat, bevor er medizinisch entlastet wurde. Das war im Jahr 2005. Leitungsartikel über Anschläge mit improvisierten chemischen Sprengkörpern bei den LSBD-Beamten getötet wurden. Chemische Sprengkörper. Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen da mit Gas hinein. Hinein. War es irgendetwas chemisches da ist, dass wir durch die Atemmaske geschützt sind? Live für den Makeda Force Trail im Sierra de la Suenosa National Park. Bringt uns nicht viel. Nachrichtenbericht über den Überfall von Gerard Scott auf die LSBD-Station und Makeda pressingt. All right, boys, listen up. Wir wissen nichts, wie es da drinnen aussieht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, rüsse ich mein Team wieder aus und wir sehen es gleich wieder, wenn wir da sind. So, da sind wir nur am Ort des Geschehens. Da ich die Map schon ein bisschen kenne von der frühen Version, dachte ich mir, ist es vielleicht schlau, wenn ich so ein Visier mitnehme, dass ich ein bisschen weitere Sicht habe. Außerdem sind alle mit Gasmasken ausgerüstet. Ich habe versucht, so gut es geht, eine Mischung zwischen Gas, Stinger und normalen Waffen zu nehmen. Damit wir da wirklich den Typen auch verhaften können und ihn nicht erschießen. Und leider wissen wir überhaupt nicht, wie es da drinnen aussieht, was ein bisschen ein Problem ist. Dann müssen wir ziemlich vorsichtig sein. Wir wissen auch nicht unbedingt, wie viele Leute da drin sind, ob es nur eine einzige Person ist oder ob es mehrere sind. Also sind wir eigentlich ziemlich blind, was die gesamte Situation hier angeht. Wir wissen überhaupt gar nichts. Von unten rein zu gehen, finde ich ein bisschen riskant. Ich würde lieber das Gebäude von oben clearen, nach unten. Da haben wir eine Tür. P? P? Also ein Patchen. Okay, das ist nächstes. Oh, shit! Ernsthaft? Anbertshaft? Wann. Schöne, jetzt habe ich keine Dinge mitgenommen. Der war da oben. Also, die Tür ist gewired, da kann eigentlich niemand da rauskommen. Was eigentlich gut ist. Runtem ist ein Feuer. Sehen wir, glaube ich, nach dem Motorhorn aus. Auf jeden Fall wissen die jetzt, dass wir da sind. Saft. Alles gewired. Alright. Stürmen rein. Mit, äh, C2. Einmal eine Blendgranate rein und ich schieße mit dem hier hinten rein. Von unten kann ja eigentlich niemand kommen. Mhm. Deploying explosives. Let's... BOOM! Opening on the right. Opening on the left. LSD, don't move! I'm not gonna jail! Good here. Hands up, above your head. Chem light out. Tip him up. Got him. Police! Get down! Get down! I want to see down on your goddamn knees now! I pay you to do their fucking torture work! Stop that ready. Stop that ready. Ja, ein Handier. Copy entry team. Notifying trailers. Blue team. Open and clear. Copy that. Und red team bitte hier hin. Post up and cover. Do it. Open it on the right. Talk. They're down. Talk to entry team. Let's clear over here, man. Eichen nehmen fest. Good to go. Ich glaube, man wieder zurück, ne? Einmal kurz einen Rundumblick machen. Sieht clear aus. Sieht clear aus. Ja. Das ist ein Motorhorn, das brennt. Das ist irgendwie noch eine Hütte. Alright. Oben schon mal clear. Du bist nicht unser Verdächtiger, glaube ich. Ne, sieht zumindest nicht so aus. Ja, wie machen wir das? Dynamic movement. Gap and clear. Move in. Bang and clear. On it. Alada? Sie sind nicht mehr hin? Es ist alles ziemlich beschissen. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir Fallen da sind. Oh shit. Ich glaube nicht, dass ich Sie daran erinnern muss, dass die Mitglieder, die einen Therapieplatz beim PUD bekommen haben, nicht an Einsätzen teilnehmen können. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber seien Sie vorsichtig, wie Sie mit Ihren Leuten umgehen. Das Letzte, was Sie warnen, ist, dass Sie mit zu wenig Personal dastehen. Vor allem, wenn man die aktuelle Lage in der Stadt bedenkt. Ja, shit happens. Ich glaube, durch mich sind alle eigentlich gestorben. Naja, egal was sonst. Dann machen wir halt die todliche Besessenheit in der nächsten Folge nochmals. Vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge. I'm ready or not. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.